hallo und herzlich willkommen zurück bei my time at sandrock ja heute geht es weiter mit sandreiskuchen und das herz denn machen stand machen sandreiskuchen und nachttisch stand herstellen da schauen wir mal bleibt einfach stehen danke ach so stimmt ja das ist die kochstation ich weiß gar nicht wo ich zu stehen ach hier drüben kochstation sandreiskuchen da brauchen wir noch zucker ja das machen wir am nächsten spieltag wohlbemerkt spieltag nicht aufnahmetag auch diese folge geht wir 20 minuten lang ach so ja mit dem boni im haus das ist mir bekannt das kenne ich vom port ja dass wir mehr werte im haus sind dass du hör auch meine werte glaube ich war irgendwie so nur so und den dreh bringe ein lächeln das machen wir dazu brauchen wir zucker und raus tuch und bronzerohre können wir überhaupt wir können bronzerohre herstellen und raus tuch mal schauen machen wir ein bisschen mehr raus tuch wenn man nie weiß ob man mehr braucht so also für den nachttisch können wir auf den nachttisch bauen ich habe das gefühl dass es nicht so ist wir können keinen nachttisch bauen super fängt doch mal richtig gut an wo kriege ich jetzt das rezept rezept ist nachttisch stand ah nee oder ist das hier ich bitte kurz mal durch nie dass die fahrt falsch ist also da war es doch hier genau das brauchen wir ja dann holen wir noch zucker und kochen diesen sand reis kuchen kochen aufwerten müssen wir auch noch alles auf industrie würde ich mir wünschen ja so zucker wie siehst du aus wo bist du es sich hier zucker kontrakt 20 stück mal mitnehmen als wir das mal brauchen und mehr salz nämlich auch mal mit soja soße brauche ich nicht wirklich aber naja kinderbücherregal aus holz quadratische spieletisch und lernstift halter lernstift das ist ein komischer lernstift sieht aus wie kohle kohle stift ok naja jeder so dass seine neue rezepte werden solange nicht erscheinen solange ich die hauptquest nicht weitermache wir machen jetzt die nebenquesten und es fehlt ja nicht mehr viel ist ja nur noch hier verlorener reisender verirrter tourist warum 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 auch immer ich bin mir nicht sicher aber ja so sandreichs kuchen aber direkt ziehen da haben wir ein bisschen mehr auch für uns ist was ist stand da eben ist nicht in der warteschlange du lügst ja was los mit dir zwei von zehn gut das hier wird auch noch ein bisschen dauern okay dann ja was macht man jetzt an den angebrochenen tag könnten wir eigentlich theoretisch in der zeit hier mit den finder und besiege bogen jack machen finde ich auch wenn ich die nicht mag wir müssen aber ist ja nebenquest und die möchte ich gerne mit euch machen auch wenn ich nicht will da führt kein weg dran vorbei und beim nächsten mal leveln wir wieder in tauch gegend ja also die anfangs tauchstation nicht hier aber hinten bei uns am anfangsgebiet wenn wir dann via krams sammeln finde ich ganz gut so bogen jack wo machst du noch mal nein nicht verlorene reise ich suche den bogen jack bogen 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 gefährliche ruinen schussfrag Bogen Jack Ich weiß gar nicht, wo er war Ist das hier Bogen Jack? Nein Jack's a Bogen Muss ich den ernsthaft in der Wüste suchen gehen? Bogen Jack 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 Ach, ich muss den finden und dann besiegen Hä? Vielleicht war er das Ich bin mir nicht sicher Finde und besiege Bogen Jack Finde und besiege Bogen Jack Jetzt hier vorne ist jemand anders Mit den Boxhandschuhen Ja, Boxerschwein Das ist nicht Bogen Jack Der muss da hinten sein Ja, der muss da hinten sein bei den Knochen 100% Dekor Bogen Jack Bogen Jack Bogen Bogen Jack Bogen Jack Bist du hier? Kannst du mich hören Bogen Jack Ich suche dich Versteck dich nicht Warte mal Was war das denn? Ist das was ich denke Was ist das? Äh Wer oder was bist du? Was kriegen wir hier? Christanje Ja, wow Christanje 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 Ja genau Christanje Christanje Bogen Jack Der muss ja hier irgendwo sein In der Wüste Was? Also war die Klinge in mein Ohr Ach Knochen Da ploppen einfach Knochen auf Aus dem Nichts Ja Bogen Jack Wo bist du? Sehr ernst ehrlich Auf die Sucherei habe ich abzu... Blut Keine Lust Ist das hier Bogen Jack? Nein Boxerschwein Bist du Bogen Jack? Nein Boxerschwein Aus Bogen Jack Wurde Boxerschwein Und Kinguins Yeah Ja Ich weiß gar nicht was aus der Ernte hier wird Also abbauen kann ich schon mal nicht Das soll so stehen bleiben anscheinend Kommt bestimmt noch Wir haben es ja gerade erst gefixt Mit der Quest Anzeige Dank meiner Meldung Okay Scheiß auf Bogen Jack Wie reisen wir zurück? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht Finden und Besiege Bogen Jack hat genug Zeit zum Ausruhen gehabt Halt auf der linken Seite der Schornaschklippe Nach ihm Ausschau Und ich bin die ganze Zeit rechts gelaufen Äh Ne Komm Ne 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 Jetzt gehe ich da nicht mehr hin Schornaschklippe Schornasch Also Das sieht aus wie eine Stadt da unten Da kann niemand sagen was da will Hier war mal eine Zivilisation Zivilisation Oh Mann ist das ein schweres Wut Schrei die Sonne Ah Schreib mich von der Seite an So Und hier mal kurz absatteln Äh Und hier mal sagen Dass er stehen bleiben soll Dankeschön Auf Wiedersehen Mach's gut So Ähm Hä Wo ist meine Bronze Ich hab doch Bin ich blind oder was Einsammeln Ach da Die sieht man auch gar nicht Okay Ich reg mich nicht auf Nur ein bisschen Was Fertiggestellt Warum steht da 0 von 0 Du bist gemein Spiel ist gemein So Und jetzt noch den Nachttisch Stand Und die Frau freut sich Oh Leute Begeisterung Haben wir es herausrangt gemacht Stadt perfekt Achso Nicht vergessen Nebenaufträge Äh Siegeltuch Kunststoffschale Ja das kann ich ihr bringen Äh Ja das kann ich auch bringen Ähm Schalltafeln Musik herstellen Kein Problem Schalltafel Nicht durch Schalltafel Yes Jetzt brauche ich neue Äh Dingens Ähm Kupferdrähte Machen wir direkt mal welche So Und jetzt hier wieder aufsatteln Erstmal hier Jackmehl Dessertstand Aufbauen Genau Und ihre Köstlichkeiten Geben Da steht sie schon Und wartet Finde ich ganz gut So Aufbauen Dankeschön Sehr gut Marble Na also Ja das sieht Köstlich aus Sieht so aus Als hätten Owen und ich Einen neuen Konkurrenten In der stand Danke Morgen können wir uns Unsere kleine Bring ein lächeln Kampagne starten Wie wäre es wenn wir uns Morgen nachmittag um Für zu treffen Sagen wir mal so Gefällt mir nicht Okay Okay so Jetzt noch die Questis Also die Aufträge Abgeben Send Rock Aufträge Send Rock Hi Justice For Leech Los Runter Da Und Rein Da Ich muss sagen Eine Stadt ist sehr ruhig Sehr ruhig Muss ich sagen Zu ruhig Hi Mr. Cree Well met Ja Thank you Bitteschön Dann kann ich direkt hier noch Forschung betreiben Industriell Haben wir ja schon Alles Mittlere Juwelivide Dingsbums Ich will schon mal Die meiner So Nächsten Spieltag Ist das dann Fertig Justice for Leech Justice for Leech Also Müsste doch Eigentlich Jetzt die Nebenquesten Aktualisiert Wird Ne doch Nicht Hugo Hallo Bitteschön Auf Wiedersehen Mach's gut Vivi Hallo Geburtstag Der sechste Frühling Catch you later Hugo Geburtstag Dritten des Sommers Yeah Sicher Dankeschön Bevor ich wieder Ärger kriege Hier Du kannst die Geburtstage herausfinden Ja sorry Tut mir leid Ist jetzt nicht böse Gemeins Ja bitteschön Trudy Achso Trudy Äh Habe ich schon nachgefragt Ne Äh Nein Ich will ja nicht beobachten Das wäre dumm So Die nächste Quest Ja genau Verlorener Reisender Schaffen wir auch nicht mehr Kette vorher die Nase schnauben sollten Hätte 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 Fahrrad Gitte Hätte Hätte Fahrrad Gitte Hätte Hätte Fahrrad Gitte Hätte 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 Fahrrad Gitte Lalalalalala Lalalalalala Hätte Hätte Fahrrad Gitte Hätte Fahrrad Gitte Hätte Hätte Fahrrad Gitte Ja Ich sollte mal aufhören und hier meinen Sachen einsammeln. Hätte, hätte, Fahrrad... Nein, hört auf! Man soll nicht übertreffen. Das ist, wenn die Langeweile einen über den Kopf steigt. Eisenschrott. Nur hier sind sie bei uns richtig. Mami, Mami, warum hat der komische Mann eine komische Stimme? Ja, das weiß ich auch nicht, mein Kind. So. Und wir die Nacht durchschlafen. Wow. Toi. Was funkelt denn da so? Was funkelt denn da so? Oh, Mann. Ich sehe schon, mir gehen die Stangen aus. Ihr fehlt von mir, so gehen die Stangen aus. Magnesium-Chromofenkern. Ähm... Mammurzige ist klar, aber... fortgeschrittene Werkbank. Och, lock mal live, ey. Zeig mal her. Holzbrett ist klar. Glas. Oh! Versteines Holzbrett und verstärkte Gläser bei euch. Zwei. Verstärkte Gläser. Kann ich das? Versteckte Gläser? Nein, das ist einfach nur Glas. Hä? Ähm... Sorry. Ähm... Meine Stimme. Hier, verstärkte Glas. Kann ich gleich wieder abbrechen? Genau. Direkt verstärkte Gläser machen. Ähm... Ja. Und was war noch? Zeig total vergessen. Verdammt. Äh... Äh... Versteinertes... Äh... Brett. Kann ich das herstellen oder eher nicht so? Äh... Nö. Hab kein Holz. Und jetzt sammeln will ich nicht. Ja, dann sag ich mal, das war's dann wieder für diese Folge. Bring ein Lächeln. Mission aktualisiert. Ja, das war's dann erstmal für diese Folge. Wenn noch nicht geschehen ist, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Sandlog auf meinen Kanal mehr zu verpassen. Ich bedanke mich, dass du hier dabei warst. Und genauso viel Spaß hattet wie ich. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Sandlog. Ciao mit V. Ciao mit Ö. Tschüss.